Es ist eine Freude, jemandem so vollkommen zu vertrauen. Wie kann man sagen, wann man sich zu etwas hingezogen fühlt? Es ist nicht leicht, meine Vorlieben zu formulieren. Ich genieße schöne Frauen und ich höre ihnen zu. Ich genieße sie wie eine gute Jazzplatte oder einen sanften Rotwein. Warum gibst du mir den Schmelzstab? Es ist mysteriös, was einen Menschen anziehend macht. Das Leben findet einen Weg. Egal wie sie reisen, sie sind immer noch unterwegs. Ich weiß es immer mehr zu schätzen, wenn ich in einer Gruppe von guten Leuten bin und in guten Filmen und Projekten mitarbeiten darf. Ich bin sehr dankbar und schätze es sehr. Ich betrachte mich als gelehrigen Schüler. Es ist ein schmaler Grat zwischen Leidenschaft und Gas.